So Leute, willkommen zurück. Hier ist wieder eure Verrotzte in Zuda. Oh, es geht gleich wieder los. Ich fass es nicht. Und schon kribbelt die Nase wieder. Ey. Letzten 5 Minuten ging's doch. Oh, sorry. Das ist ja jetzt. So. Das muss passen. Ne. Well, it appears that Nrelina isn't here. Which means that she must be at Solum's altar. Hm. Well, nevertheless, we're taking Tenetris' core, right? Yes, of course. Come on, Marta, what's wrong? Hurry up and hatch the core. What's the matter? Are you still mad at me? Look out! Das wird auf die Zeit. What's that? It looks like the monster was lured by Tenetris' core. We have no choice. We have to get rid of it. Cool. Kann ich jetzt schon mal Vollbild stillen? Aufnahmen sollte noch auf. Oh, je. Gut, ich erinnere mal, merke ich. The monster! ung! Da auch? Du wolltest dich doch verscheißern. Riegel? Riegel, setzt ein Item ein. Ey, sag mal, ist der behämmert? Ich hab recht, ich hab's echt hier. Ja. Oh, da ist die Banger ab. Ja, das war's, alles klar. Hey, level up! Ach ja, so, wieder Geld bekommen. Das ist toll. Da ist noch mehr, ja. Na, 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 beende den Kram hier. Ja. Ja. Das bedeutet, dass wir zurück in der Mel-Tokyo-Region. Aber bevor wir weitergehen, ich sage, dass wir mit Direktor Schneider sprechen. Das ist eine gute Idee. Ja. 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 Mist gebaut! Man sieht aber sofort, dass er anders dasteht, dass er jetzt immer noch in seinem komischen Modus ist. Halt, nein, 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 wir nehmen einen anderen Speicherstand. Spitze. Ich hoffe, Erlina ist all right. Ich bin froh, dass sie mit der Vanguard getrunken wurde. Ich hoffe, sie ist nicht von Dax. Es ist die Kurs, die sie danach haben. Ich wüsste, dass sie eine Frau verhörten, die nichts zu tun hat. Sie beschäftigen sich über nichts. Sheena, Regal, Tenebrae? Los geht's! Hey, Marta! Ich mache es eine Regel, nicht mit insensitiven Creeps zu sprechen. Was über sie sprechen? Verdammt! Oh weh. Ja, da hast du dir jetzt was eingebrockt. Hey, Marta! Was über das Monster? Sheena, ich stehe, nicht wahr? Ja, ich denke. Ah, verdammt! Auch noch von hinten. Warum noch von hinten? Na gut. Ja, puh, 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 puh! Na nun! Jetzt hab ich. Alles klar. So, dann wollen wir mal Richtung Erd-Tempel. Ach ne, halt, warte. Wir sollen ja erst nochmal... Seht ihr komisch mit Professor da labern. Gut, dann tun wir das halt. Sie sind ja flexibel. Okay, das ist neuer Aufbau. Ich habe die Nerven aber ne Runde. Oh, ein Geilunguerwehr! Liebe! Sorry, ich vergesse wieder mich an meiner Meinung. Dann bin ich echt satt zu hören. Guck mal, was soll ich sagen? Das brauche ich aber beim besten Willen, die noch aufbauen. Na nun, weiter. Ich will heute noch fertig werden. Also, ja, fertig ist jetzt ein weiträumiger Begriff. Das Spiel abschließen werde ich niemals heute. Da, 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 da. Raus hier. Oh Gott, wie ne Nase. Und das wird noch schlimmer. Aber die ist halt voll wie auf dem Boot. Hat liegt Schnee da frei. Toll. Wuhu! Hihihi! Ich bin nicht so schwer. Man muss nur mehr sein wie ich. Die Maten geht? Oh. so you're here cleaning up the corpses of wimps at least you're making yourself useful what why are you so pissed off are you all right yeah i just had this weird memory again memory the one where richter is killing me maybe you're right maybe i am master after all we won't know for sure until we ask relina so then we'll see more holen Oh man, also doch, war ja richtig. Äh, still weg. Erstmal da hin. Man, das kann ja richtig anstrengend sein, aufzunehmen mit so einer Nase und juckenden Augen. Okay. Können sie sich mal aussprechen. Ich bin nicht so, dass er so schwer zu wissen, wer er ist. Ich bin nicht so, wer ich bin. Ich bin nur für dich. Keine Ahnung. Nein, das ist nicht die Emil, die ich liebe. Du bist nicht Emil überhaupt. Gib Emil zurück! Lass ihn rauskommen! Also, du würdest du diesen Schwung über mich wählen? Was ist so schlimm, dass ich ein Schwung bin? Angst oder nicht, Emil versucht seinen besten, um mich zu beschützen. Klar, dann spricht mich in, wenn alles zu schwer ist. Er ist derjenige, der mich fragt. Ich werde ihn nicht mehr geben. Ich werde es nicht machen. Ich werde es nicht machen! Wuhh, knifst, knifst! Sorry for the wait. I had a few things I needed to... Hey, what's with you two? Did you have a fight? If they care enough about each other to fight, they're fine. Leave them be, Regal. Right. Ja, ja, Streit gehört dazu. Wuhu! So. Ähm... Vorräte offen? Das wäre nicht verkehrt. Da haben wir noch alles. Drang des Lebens. Danke. Puh, so. Ganz lieb, komisch Typ. Wuhu! Oh, ich bin heute noch nicht richtig wach, glaube ich. Ich rede zu wenig. Wuhu! Okay. Äh... Das Büro aber... Hier. Irgendwo oben. Ah, ich verstehe. 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 Ich verstehe, dass er die Monster benutzt für die distribution des Mana in den Welt ist. Es heißt, er war der Geist von Gaunt des Karla, der Produkte von der Welt. Manau der Welt. Richter betrifft Ratatask als der Demons-Lord. Wisst ihr etwas über das? Richter hat gesagt solche Dinge seitdem er zurückgegangen von seinem Feldstudium. Aber es ist nassau. Wenn ein Demons-Lord existierter, wäre es ein Kreatur von Nevelheim, dem Dämonischen Räumen. Aber Ratatask ist ein Spirat. Er ist dieser Welt. Nevelheim. Sina, du bist in Nevelheim? Natürlich nicht. Aber ich habe eine Glimpse davon. Die Forscher in der Elemental-Laboratoren in Mel-Tokyo wissen mehr über Ratatask. Relina arbeitet von dort an heute, und ihre Forschungsmaterialien und Noten sind dort auch. Wir sind für Mel-Tokyo in jedem Fall. Es ist wert, dass es den Lab ein besuchen. Bitte, helfe Relina. Alles klar, das heißt, wir dürfen jetzt erstmal nach Mel-Tokyo. Dann dürfen wir dann... äh, das Forscher-Labor. Dann dürfen wir erst in den Erd-Dungeon. Warte mal, sollten wir uns nicht beeilen? Also, dann ist das Buch von Rainer nicht eine Liebe. Ich bin ein bisschen entschuldigt. Eine Frau von ihrer Qualität ist ein viel besserer Mann, als ich. Vielleicht Rainer und Regal sind beide einfach zu sehr attraktiv für das Spiel zu funktionieren. Keine Ahnung, das ist genau das, warum sie sich perfekt für uns. Es gibt eine andere, von denen ich bereits mein Herz habe. Was? Es gibt? Aber sie hat... ...eine Ahnung. Oh, ich bin so entschuldigt. Nein, es gibt keine Ahnung. Ich bin derjenige, der kann sich nicht die Vergangenheit aufzunehmen. Ich bin sicher, dass sie glücklich ist, dass sie ihre Erinnerung ist. Ich bin eigentlich ein bisschen stolz. Danke. Danke, oh.